Über die Systemeinstellung Drucken und Faxen können Sie nicht nur Drucker einrichten, sondern über den Plus-Button hier unten eben auch ein Faxgerät hinzufügen. Dazu wähle ich hier oben in der Liste zunächst mal Fax und kann dann, wie Sie es hier in der Liste sehen, ein entsprechendes Gerät auswählen. In meinem Fall sind zum Beispiel gekoppelte Mobiltelefone als Fax möglich und die habe ich jetzt hier in der Liste eben zur Auswahl und kann dann noch entsprechende Namen vergeben. Also zum Beispiel so. Dann kann ich den Standort noch festlegen. Das macht dann Sinn, wenn Sie Ihr Fax mit anderen Benutzern im Netzwerk teilen, um eben genau zu spezifizieren, in welchem Büro befindet sich denn dieses Gerät, also in meinem Fall der Mac selbst. Und wenn ich jetzt auf hinzufügen klicke, dann bekomme ich hier in der Liste unter den Druckern eben das Fax eingeblendet. Das Fax hat auch ein eindeutiges Symbol und ich kann mir den Status dann auch jeweils hier in der Menüleiste anzeigen lassen. Also wartet mein Fax gerade oder empfängt jetzt zum Beispiel etwas. Eben über die Empfangsoptionen habe ich dann weitere Möglichkeiten. Das heißt, ich kann hier einerseits mal sagen, nach wie viel Ruftönen soll mein Fax denn antworten auf diesen eingehenden Anruf. Wohin sollen die Faxe denn gespeichert werden? Nun, hier gibt es als Vorschlag für alle Benutzer Faxe. Das ist also jener Ordner, der sich direkt auf meiner Macintosh HD unter Benutzer für alle Benutzer befindet und hier habe ich dann einen Faxordner. Sie können aber natürlich jeden beliebigen Ordner hier angeben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Fax automatisch ausdrucken zu lassen oder dieses Fax auch automatisch an eine E-Mail-Adresse zu schicken. Eine dieser drei Optionen muss natürlich aktiv sein, denn Mac OS X muss ja wissen, was mit den empfangenen Daten passieren soll. Welche Kombination Sie aber hier wählen, das ist Ihnen vollkommen überlassen. Ich gehe mal hier raus, wieder mit Abbrechen. Wenn ich auf Fax-Warteliste öffnen klicke, dann bekomme ich, wie bei den Druckern bereits gesehen, für mein Gerät, das ich Nokia Faxempfang genannt habe, eine Liste mit den aktuellen Jobs. Das heißt, hier würde ich dann auch wieder sehen, wenn ein Fax hereinkommt, kann das entsprechend anhalten, stoppen, auch wieder fortsetzen und über die Informationen habe ich dann noch weiteren Zugriff, beispielsweise auf den Pfad. Das heißt, wie mein dahinterstehendes Unix dieses Fax denn eigentlich registriert. Und das funktioniert eben über Fax-Doppelpunkt-slash-slash und dann DEV für Device und hier ist dann eben dieses Bluetooth-Modem dahinter. Im oberen Bereich habe ich noch die Möglichkeit, das Faxgerät auch gemeinsam zu nutzen. Damit kann ich meinen Mac zum Faxempfang und zum Faxsenden dann auch anderen Benutzern zur Verfügung stellen und gebe dann in dem unteren Bereich ganz wichtig natürlich auch die Faxnummer an. Die soll ja auch aufgedruckt werden, wenn ich dann ein Fax hinausschicke. Also zum Beispiel gebe ich jetzt hier mal die Faxnummer von Mini2Brain an. Wenn ich diese Einstellungen getroffen habe, kann ich auch diesen Dialog wieder verlassen und jetzt schauen wir uns doch einfach mal hier zum Beispiel im Programmeordner mittels des Programms TextEdit einfach mal eine Textdatei an und kann jetzt eben über Ablage drucken, diese Datei auch direkt an einen Fax schicken. Und da sehen Sie jetzt im Dialog, dass eben hier unten nicht spezifische Details für den Ausdruck, sondern eben Faxinformationen angewendet werden. Also ich kann hier zum Beispiel aufs Adressbuch zugreifen und Nummern hier heraussuchen, kann hier noch ein Deckblatt gestalten, kann zum Beispiel vom Programm TextEdit, Kopf und Fußzeilen mitschicken und hier habe ich dann eben noch weitere Steuerungen für den Faxversand. So machen Sie also im Handumdrehen aus Ihrem Apple Mac ein Faxgerät zum Senden und Empfangen dieser Dokumente.